Großer Knall statt großer Verknalltheit. Bei Vinnes Peltro und ihrem Mann Brett Falkuk fliegen die Fetzen. Stehen die beiden schon vor dem Ehe aus? Sie starrt ihn mit zusammengekniffenen Augen an, während er hektisch auf sie einredet. Dann unterbricht sie ihn energisch gestikulierend, jetzt hör mir mal zu. Beide sind auf dem Weg vom Parkplatz zum Restaurant Nightshade so in Rage, dass sie vor der Tür weiter zanken. Dann reißt sie abrupt die Tür auf, verschwindet. Er schnauft genervt, folgt ja dann. Bei Vinnes Peltro und Brett Falkuk gab's in LRS hippem Gastro Hotspotsoff mit Soße zu den Kürbismedallions, 30 Euro, und aus dann ein Passionsfruchtmus, 33 Euro. Dass die Gäste an den Nebentischen schon leicht konsterniert herüberschauten, schien die impulsive Peltro gar nicht zu bemerken. Was ist denn bloß los da? Gut ein halbes Jahr nach der Hochzeit scheint die Liebeseuphorie im Eimer. In ihrem Umfeld soll sogar das Wort Scheidung gefallen sein. Oje. Dabei hatte Vinnes kurz vor dem Ja-Wort gejuchzt. Brett ist mein Fels in der Brandung. Sie haben nie wieder heiraten wollen, aber er hat mich davon überzeugt, dass es sich lohnt. Na, ob sie sich da immer noch so sicher ist? Die beiden leben bis heute nicht unter einem Dach. Offiziell aus Rücksicht auf die jeweils zwei Kinder. Aber vielleicht geht's Winnes Peltro auch um ihr teures Porzellan und die Designermöbel. Nach dem Zoff auf offener Straße kann man sich durchaus vorstellen, dass bei den beiden hinter verschlossenen Türen mal ein Teller fliegt, oder zwei oder drei. Bei